Eine Frage, wieso Krieg, wieso das? Wir wollen Frieden mit allen, wir wollen Frieden mit der ganzen Welt, wir wollen Frieden auch mit Palästina, Palästina auch hier heute unter uns. Herzlich Willkommen hier auf dem Laufsteg. Im Namen Allah, des Barmherzigen. Liebe Freunde und friedensliebende Menschen, ich bin Aladin, Al-Maghrabi, Palästinenser, in Jerusalem, nahe der Alaska Moschee, geboren und aufgewachsen. 1967 habe ich den Sechstagekrieg erlebt und die folgenden Kriege, von denen wir hier und hier immer noch Opfer sind. 1967 habe ich den Sechstagekrieg und die folgenden Kriege erlebt, von denen ich und wir immer noch Opfer sind. Dort lernte ich Hass, Groll und Vertreibung kennen. Trotzdem setze ich von Herzen ein Friedenszeichen für alle, die unter Drückung und Verfolgung leiden und für die Menschen, die Krieg und Terror verabscheuen. Ich habe meine bitteren Erfahrungen und allen Hass abgelegt und den Feinden vergeben. Das Spiel der Kriegschreiber mache ich nicht mehr mit. Schmerzen machen nachdenklich und weise und bringen uns zur Wahrheit und zur Versöhnung. Was salamu alaikum wa rahmatullahu wa barakatuhu. Wir lieben euch und grüssen euch. Und Friede sein mit euch. Ich bitte die Nächste auf die Bühne. Ivo hat es gepredigt. Was oben noch nicht funktioniert, das Volk lebt unter einer neuen Matrix. Was oben noch nicht funktioniert, das Volk lebt unter einer neuen Matrix. Friede sei mit euch. Ich bringe euch Grüße, Friede und Segen aus Israel. Wir sagen, genug dem Krieg, allen Kriegen. Jetzt ist die Zeit für Frieden und für Liebe. Wir sagen, genug dem Krieg, allen Kriegen. Jetzt ist die Zeit für Friede und Segen aus Israel. Wir alle, alle Araber und Israelis, wir sind Brüder und wir brauchen einen den anderen. Und ich möchte euch sagen, wir brauchen euch und wir lieben euch von ganzem Herzen. Vielen herzlichen Dank. Ein Beweis der neuen Welt. Und wir wollen erwarten, dass sich das durchsetzt. Vielen Dank. Und in diesem Sinne kommt noch eine weitere Stimme über Skype zu uns. Es ist Frau Dr. Judith Reismann. Sie wohnt in den USA und sie ist Jüdin. Und sie hat einen Gruß als Jüdin für uns und die ganze Welt. Hallo und herzlich willkommen in der Liberty Universität im Bundesstaat Virginia in den Vereinigten Staaten. Und vor dem jüdischen Hintergrund sind wir alle nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und wir möchten, dass jeder glücklich ist und wir respektvoll miteinander umgehen. Und wir lieben euch. Und wir lieben euch. Tschüss. Selam. Shalom auf Hebräisch. Wir lieben euch alle. Wir lieben euch. Vietnam. Bitte auf den Laufsteg. Wir lieben euch. 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 Unsere Damen sind Werte wie Loyalität gegenüber unseren Familien, einen guten Namen, Liebe zum Lernen und Respekt vor anderen Leuten innerhalb unserer Nation sehr wichtig. Wir lieben euch. 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 Und wollen das Beste für die ganze Welt. Wir lieben euch. 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 Wir lieben euch.